Moin Leute, herzlichen Kommentaren! Ihr habt es schon gehört, jetzt zocken wir mit einer Runde. Ah, wir spielen aber nicht das, wir spielen Solo. Da, mal, let's go. Da, noch Skinny, da, noch Skinny. Komm, wir machen mal los. Mhm. Wer als letztes übrig ist, gewinnt. Es kann nur einen Sieger geben. Oh, ne, Auraskin, wir werden verrücken. Außer, der Auraskin wird er vollgekündigt. Weil, äh, ich fahre bei Auraskin. So. So, okay, kann man weiter. Okay. Hoppokos, was er möchte jetzt. Okay. 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 Ha, ich kann meine Wurst reicheln. Ha, ich kann meine Wurst reicheln. Ja, ist eigentlich auch klar, weil wenn er sich nicht teleportiert. Ja, wer teleportiert sich aber schon am Anfang, ne? Ja, ich kann meine Wurst reicheln. Okay. Wir machen das nochmal. Okay. Hier. Oh. Oh! und ich würde sagen dann geben wir kurz machen wir machen einfach ein bisschen Musik an und dann sehen wir uns bei den 30 gegnern ist leuch ich bin schon wieder rum und dann let's go Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020